Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play auf meinem Kanal Marcel LP Simulatoren Let's Plays. Heute mit dem neuen Trainboard und dem neuen Szenario von Fairsystem mit der S26, die Rückfahrt mit der S26 von Weidmannslust nach Teltostadt. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ausstieg links. Ja, machen wir mal die Linie. Linie S26, Umlauf 0. Ziel ist die 84, Teltostadt. Und das müsste dann die 66 sein. Und das war's dann schon. Dann machen wir hier noch das Licht an. Dann hier noch den Siefer aus und die Signalleuchten. Dann... Dann... ... Vielen Dank. Ja, dann werde ich mal über Tastatur die Bahnsteigsansage abspielen. Äh, die Bahnsteigsansage und die Einsteigensansage. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. Ja, dann viel Spaß bei Ingeruf, die Stimme der Bahn. Auf der S26. Viel Spaß. Ich werde mich dann am Ende des Videos nochmal melden. Um, 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 um. Ja, sie war leider nicht gedrückt. Ja, sorry. Ja, sorry. Ja, sorry. Mal die Bahnhofshansage abspielen. Nächste Station, Wittenau. Ausstieg links. Eingefahrener Zugang Gleis 1, der 26 an der Elterstadt, über die Sonnenbräne, Friedrichstraße, Potsdamer Gleis. S26 nach Teltow Stadt. Ah, die Signalleuchten anmachen. S26, zurückbleiben bitte. Ja, dann geht's weiter. Nächster halt, Wilhelms Ruh. Also ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Szenario, sehr entspannend, sehr... Man ist nicht zeitgebunden, also ich finde das super. Super klasse, wieder tolle Arbeit an Fairsystems, Sounddesign. Also kann man sich nicht beklagen. Und eben mit dem neuen Trainboard macht das alles noch sehr viel Spaß. Und wie ihr ja schon seht, wenn man das in den Grafikeinstellungen einstellt, dass man einen rahmenlosen Bildschirm einstellt, dann kann man sich den Player hier oben hinschieben, hier unten hinschieben, hier hinschieben und hier hinschieben. Das ist dann ganz egal. Ich bevorzuge immer die linke obere Ecke. Das ist dann nicht ganz so im Weg. Genau. Und was ja das Schöne ist bei dem Ansagenpaket hier oder mit dem Szenario dabei, dass man eben, weil das Szenario ist ja mit dabei, S26 nach Teltow statt, aber man kann natürlich die Ansagen auch im schnellen Spiel benutzen oder in einem anderen Standardszenario oder in einem anderen Szenario, was dazu passt. Also, ich finde das nicht schlecht. So ist das nicht Szenario gebunden. Das finde ich gut. Nächste Station, Wilhelmsruhe. Ausstieg links. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S26 nach Teltow statt. Übergesorgt worden. Friedrichstraße, Potsdamer Platz. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S26 nach Teltow statt. Übergesorgt worden. Friedrichstraße, Potsdamer Platz. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S26 nach Teltow, Gleis 1, S26 nach Teltow, Gleis 1, S26 nach Teltow. S26 nach Teltow, Gleis 1, S26 nach Teltow statt. Das Trainboard ist betriebsbereit. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S26 nach Teltow statt. Übergesorgt worden. Friedrichstraße, Potsdamer Platz. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S26 nach Teltow statt. Übergesorgt worden. Friedrichstraße, Potsdamer Platz. S26, zurückbleiben bitte. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, S26 nach Teltow, Gleis 1, S26 nach Teltow, Gleis 1, S26 nach Teltow, Gleis 1, S26 nach Teltow. Dann Bahnsteigsansage gedrückt. Und wenn man die Bahnsteigansage nochmal drückt, dann ist leider das Problem, dass dann die Ansage hier oben dann schon weg ist. Weil dann denkt er, du hast schon die Stationsansage abgespielt. Und dann wechselt er sofort zur nächsten Ansage. Deswegen immer erst Stationsansage abspülen, dann Ausstieg, dann Bahnsteigsansage, wenn man im Bahnhof dann ist. Da habe ich leider nicht dran gedacht. Ist mir kurz ein Fehler unterlaufen, ich entschuldige mich dafür. Deswegen habe ich dann das nochmal neu gestartet, das Trainboard. Und ja. Nächste Station, Schönholz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1 und 85. Ausstieg links. Eingefahrener Zugaufgleichs 1, S26 nach Teltow, Stadow, 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 Stadow. S26 nach Teltow, Stadow, Stadow. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Szenario. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. Nächste Station, Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahnlinien. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S27, zurückbleiben. S27, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Nächste Station, Humboldthain. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, der S26 an Tertusstadt, über Friedrichstraße, Konstanabplatz, Südkreuz. S26, nach dem S26 an Tertusstadt, über Friedrichstraße, Konstanabplatz, Südkreuz. Tertusstadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. S29, zurückbleiben. Das war's für heute. Nächste Station, Nordbahnhof. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1 ist 26 nach Teltostadt über Friedrichstraße, Potsdamer Platz, Südkreuz. S26 nach Teltostadt. S26 zurückbleiben bitte. S26 nach Teltostadt. S26 nach Teltostadt. S26 nach Teltostadt. Ausstieg links. Ausstieg links. S26 nach Teltostadt. S26 zurückbleiben bitte. Was ich auch sehr schön fand am Anfang des Szenarios die Baustelleninformationsansage, dass es zu Verspätungen kommen kann und einzigen Zugausfällen. Und was ich auch super finde in dem Szenario ist der Fluglärm an Schönholz. Also dass eben das Flugzeug überein schwebt und dann eben dieser Fluglärm dabei. Nächste Station Friedrichstraße, Übergang zu den S-Bahnlinien 5, 7, zur U-Bahnlinie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier rum. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1. S26 nach Teltostadt. Über Potsdamer Platz, Südkreuz, Richterfelder Osten. S26 nach Teltostadt. S26 nach Teltostadt. S26, Dindest bindet. In der Tertontostadt. окtab und Lubva-Himtswo Nächste Station unter den Linden. Ausstieg links. S26 nach Teltow Stadt. Einstieg mit 3. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S36, befreile if you fallble. S36, zurückbleiben bitte. S36, zurückbleiben. Nächste Station Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Ausstieg links. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Nächste Station Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Ausstieg rechts. Eingefahrener Zug auf Gleis 2. S26 nach Teltow Stadt. S26, über Südkreuz, Lichterfeld der Osten. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Jetzt kommt ein ganz lustiges Detail, wenn ihr gleich mal in die linke Ecke da hinten schaut. Gleich nach dem Abstellgleis hier. Da kommt noch was ganz lustiges. Das will ich euch mal zeigen. Hier sind sie nur am Labern und nicht am Arbeiten. Die Bauarbeiter. Was sind das für eine Bauarbeiter? Wofür bezahlt man die? Schlimm, schlimm, schlimm. Oh das ist das für ein Mal сторону. Wie? 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 Wie, wie? 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 Wie, ich habe mir. Wie? Wie. Didi翻orf? Nächste Station, Jorkstraße, Übergang zur U-Bahnlinie 7. Ausstieg links. Ja, und das Vögelgezwitscher auch sehr, sehr schön von Fährsystem. S26, zurückbleiben bitte. Ja, und das Vögelgezwitscher. Ja, und das Vögelgezwitscher. Ja, und das Vögelgezwitscher. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahnlinien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Ausstieg links. Ja, und das Vögelgezwitscher. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Priesterweg, Übergang zur S-Bahn-Linie 2 Ausstieg links S-26 nach Teltow Stadt ZDF, 2020 S-26, zurückbleiben bitte ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, man kann das auch dunkler machen hier, wie ich ja gerade schon gezeigt habe, hier, heller, dunkler. Nächste Station, Südende. Ausstieg links. Eingefahrener Zug auf Gleis 1, bis 26.00 Uhr, über Lichterfelder Ost. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Vielen Dank. Nächste Station, Langwitz. Ausstieg rechts. Eingefahrene Zug auf Gleis 1. S26 nach Teltow Stadt. Überlichter Felder Ost. S26 nach Teltow Stadt. Wieder ein KI-Zug. Schon wieder ein KI-Zug. Der ICE-2. S26? Zurückbleiben, bitte. Also ich muss wirklich schon sagen, alleine schon durch den KI-Zug macht dieses Szenario einfach super viel Spaß. Weil einfach so viele KI-Züge einem entgegenkommen. Also großes Lob an Fairsystem Sound Design. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nächste Station Lichterfelde Ost, Übergang zum Regionalverkehr. Ausstieg links. Eingefahrene Zugauf Gleis 1, S26 nach Teltow Stadt. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Nächste Station Ostdorfer Straße. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Ausstieg links. S26, zurückbleiben bitte. S26 nach Teltow Stadt. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. Nächste Station Lichterfelde Süd. S26, zurückbleiben bitte. 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 S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben bitte. S26, zurückbleiben. S26, zurückbleiben. Und wie ihr seht, hier oben ist keine Ansage mehr, also danach kommt auch nichts mehr. Also dann bitte nicht weiterklicken, weil sonst bekommt ihr eine Fehlermeldung und das muss nicht sein, deswegen einfach, wenn die Ansage dann fertig ist und die ist alles abgespielt, dann kommt danach auch nichts mehr, weil hier steht ja auch oben nichts mehr. Und wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Nächste Station, Teltow Stadt. Endstation, bitte alle aussteigen. Attention please, we are now approaching the last stop of the line. All passengers are requesting to leave the train. Und wie ihr seht, wie ihr seht. Und wie ihr seht, wie ihr seht, wie ihr seht. Ausstieg rechts. S26 nach Teltow Stadt. Und wenn ihr das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal, schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt und betätigt die Glocke, damit ihr immer wisst, wann ich ein neues Video hochlade. Bis dann und das Szenario wurde erfolgreich abgeschlossen. Bis dann, euer Marcel LP. Tschüss.